moin moin und willkommen zu einem neuen video auf diesem wunderbaren kanal ich möchte euch heute zeigen wie man als externe e mail programm thunderbird herunterladen installieren und einrichten kann wir werden dazu unsere erstellte web.de e mail adresse nutzen das video dazu wie wir die erstellt haben werde ich euch in der video beschreibung verlinken wir starten damit ein browser zu öffnen und geben dort in google suche einfach sander wird mein so da kommen wir auf die internetadresse sander wird punkt net wir könnten jetzt hier sagen sander wird herunterladen und wir gehen einfach mal auf die internetadresse selber dort kommen wir auch gleich in den kostenlosen download und falls ihr fragen solltet warum oder wie das eigentlich immer alles kostenlos sein kann und das hier unten auch noch mal erklärt das ist nämlich rein spenden finanziert das ganze das heißt wenn ihr mit dem programm zufrieden seid wenn es euch das gefällt könnt ihr auch wenn ihr möchtet natürlich etwas spenden wir sagen kostenloser download und während das programm jetzt herunterlädt müssen wir noch mal zu web.de reingehen unser e mail konto und müssen dort den abrufen noch einrichten das heißt wir müssen dort einen haken reinsetzen dass ein externes programm unsere e mail adresse abrufen darf bei manchen e mail anbietern muss man auch ein e mail passwort extra dazu noch vergeben bei web.de reichts wenn ihr dementsprechend einen haken setzt das heißt wir sind jetzt auf unser auf unserer e mail adresse sagen einstellungen gehen in den pop 3 im abruf und können hier den haken reinsetzen für den zugriff erlauben sagen speichern und geben dann einfach das capture noch ein was manchmal ein bisschen tricky sein kann aber ich hoffe das funktioniert beim ersten mal jawohl einstellungen worden gespeichert sehr schön das programm ist in der zwischenzeit auch schon heruntergeladen das heißt wir eröffnen das ganze sagen ausführen dann extrahiert das ganze und gleich kriegen wir noch eine windows abfrage auf wir das installieren wollen ja das wollen wir und jetzt geht weiter mit der normalen installation wir sagen weiter wenn ihr jetzt bei den installations art nicht sicher seid was ihr auswählt standard benutzer definiert wird einfach standard aus alles gut passiert gar nichts ansonsten wählen wir jetzt einfach benutzer definiert aus damit das auch mal gezeigt haben wir können wir nämlich jetzt den zielordner dementsprechend noch eingeben das heißt wenn er einen bestimmten ordner vor das rein installieren sollt oder wollte halt einfach das auf eine andere festplatte installieren könnte das dann dementsprechend hier noch beschreiben ihr könnt halt auch das ganze über durchsuchen machen oder ihr gebt den vater direkt ein wir sagen einfach weiter hier könnt ihr noch festlegen wo die programmsympole als die verknüpfung erstellt werden das heißt auf dem desktop im startmenü haken rein haken raus je nachdem startmenü wer jetzt hier das auf dem desktop ist denke ich soweit klar wir sagen einfach weiter und hier würdet ihr jetzt noch festlegen ob standard wird das standard programm für e-mails sein soll oder nicht bei mir soll es das nicht sein deswegen nehme ich den haken raus ansonsten wenn er jetzt das einzigste sie mit e-mail programm habt dann lasst einfach den haken drin wir sagen installieren dann geht die installation auch schon los so da ist es fertig wir sagen starten wenn übrigens eine anregung sein sollte und ihr wollt noch irgendwas anderes sehen dann schreibt sie mir einfach in die kommentare natürlich sonst weiß ich das natürlich nicht so wir geben jetzt die hier unsere e mail adresse ein unser passwort ein und sagen weiter jetzt war das ganze geprüft jetzt möchte er von euch wissen ob ihr das als imap abruf einrichten möchtet oder als pop 3 abruf zieht ihr euch nur eine kopie das heißt das original verbleibt immer beim e mail anbieter beim pop 3 welt würdet ihr auch die originalnachricht praktisch herunterladen also keine kopie hat einfach nur den sinn und zweck wenn ihr das auf mehreren geräten nutzen wollt macht es natürlich als pop 3 abruf keinen sinn weil wenn ich das mit dem rechner zum beispiel abrufen würde wäre die originalnachricht weg und handy tablet et cetera wir könnten die e mail dann dementsprechend als kopie nicht mehr abrufen können deswegen lassen wir das einfach mal auf einmal sagen fertig jetzt können wir noch festlegen was die standardeinwendung sein sollen wir lassen jetzt einfach nur bei e mail in haken drin und dann würde der e mail abruf auch schon starten zack da sind auch unsere e mails schon und das war es dann auch schon soweit ich hoffe das video hat euch gefallen hat euch was gebracht wie gesagt wenn irgendwelche fragen sind oder ich noch was zeigen soll schreibt es mir einfach unten in die kommentare ansonsten bis zum nächsten video viel spaß schön Vielen Dank.